ersten tag wo ich das neue internet habe werde ich jedes spiel runter schmeißen um es neu runterzuladen einfach weil ich es kann also hier stehen überall so viele autos rum was ist denn los? ein balota jetzt komme ich balota raus bin immer noch 500 meter von dir entfernt 700 meter ist ja nix los gerade ich fahr ja gerade auf dem airfield rum und man hört keine schüsse sehr verdächtig doch hier schüsse ach vom sniper ding oben weiß schon wo ist kackelappen sobald du im auto bist und glaub noch nicht rausläufst spawn für dich glaub noch kein loot bin mir aber nicht sicher ob das so ist schüsse fuck du alter wie weit war es? 537 meter lr r entweder in dem turm da oben oder der kacklappen von der base da oben ich werde gleich wieder balota spawnen aber oder? ja mach gleich mal ein vollständiger dilly anzug das passt mir natürlich in den graben guter tag guter tag oieee oieee hihihi na schluss das sagt los ich muss jetzt noch mal irgendwas runterladen nein wir sind auf dem janoris oldschool server ja ok wir müssen hier einen kacklappen abfahren der geht mir auf den sack alter wo ist der? wo ist der? haben die das kabel oft vor der tür durchgeschnitten man? mein gott oh der schießt auf mich dieser rauf der ist da oben glaub ich an der base oder wo kommen die schüsse her? ich höre es nicht ganz 100% bin down alter wo? entweder an der base oder an dem turm da oben eines von beiden also jetzt hat es mich schon wieder verwischt 500 m vor der hockt irgendwo da oben ich geh jetzt zu mir eine waffe und geh dann dahin und tötet den einfach ist ein sniper place den du mir da mal gezeigt hast oder was? ja den turm oder ein Buckel ja da wo der turm ist ja wahrscheinlich oder noch weiter oben an der base da links dann vorne ist eine base oben ah das ist so eine mu mu schießt du wieder auf mich? oder auf mich? direkt neben mir eingeschlagen aber der könnte nur vom airfield gekommen sein wieso? ja ich habe eigentlich auch in so einer Barrake stehen ich brauche hier wieder einen Sneaky Ball schnippern oder wie? ja ganz dringend hier jetzt sieh ich mich gleich so hinter dem hinlaufen damit so einer Pistel hinten erschießt alter der ist da oben irgendwo hundertprozentig war in nem Haus in der Barrake vielleicht hat er Racks am Start jetzt kann ich nicht mehr Balota spawnen echt jetzt? scheiße naja man Disco Disco huhe huhe ja da müssen wir jetzt auch wieder aufräumen ich brauche jetzt nur noch einen Ziptei da nehme ich seine Waffe weg und sag zu ihm Arschloch gib mir einen Ziptei man Bubili Swagger Bubili diese Bubili diese Bubili der ist schon so ein Wichser der hat nach unten eine Tretmine hingelegt wenn du zu ihm hoch willst mhm oder der ist echt der komplette Hurensohn und ist in dieser scheiß Base da oben den wollte ich schon mal ausräuchern mit der AA12 mit Explosiv Munition also ich warte immer noch dass sie auf der Ziptei drauf kommen irgendwie also immer noch Loading Screen so ja wenns zu lang wird würde ich mal neu starten weil ab und zu schon mal Rick glaube ich jetzt muss ich echt 6km aus der Elektro fahren ja der schießt hier oben wo ist der Base aus? ne aus dem Turm ist gut wenn er sich auf euch konzentriert der Prof. 1 erledigt wisst ihr welchen Turm ich meine? ne der wurde im Taxi gefunden meine Position ich markiere den mal könnt ihr hier mal hoch schießen nur in die Richtung dass der auf euch abgelenkt ist ja ich bin wie gesagt unterwegs ja warte mal ich hab noch nicht meine ordentliche Waffe ich hab noch nicht meine ordentliche Waffe ne nice weiter 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 hat geschossen ja schieß weiter ja ich hab keine Munition mehr oh god wir haben noch Waffe aufheben fuck 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 oh das wird schön surprise surprise motherfucker surprise motherfucker also hier liegt auch so ein so ein Orangener achso das ist mein UAZ hier oh das ist grad was der hatte wirklich eine Mine da drunten der ist schon so ein Wichser der hat nach unten eine Tretmine hingelegt wenn du zu ihm hoch willst mhm tot oder was ne hahaha ich hab mich wohl vorbeigeschleicht beim hochgehen ... ... ... ... ... ...